dann können wir loslegen ja gar keine frage wenn ich eingeladen werde also hier wir sind ja an der tollsten hochschule zumindestens mal berlins wenn nicht sogar deutschlandweit und nicht nur von der lage sondern auch vom inhalt her und wenn wir so eine schöne veranstaltung haben natürlich kommt man da also da braucht man ja gar nicht drüber überlegen das heißt wege aus der klimakrise was droht uns und was muss getan werden das möchte ich heute einfach mal ein bisschen näher erläutern und was muss getan werden und dazu möchte ich einfach mal in der geschichte ein bisschen zurückgehen wir gehen wir mal zurück ins jahr 1912 ist schon ein bisschen her gut 100 jahre und damals wurde eines der berühmtesten kreuzfahrtschiffe zu stapeln zu wasser gelassen also wir haben jetzt hier die titanic oftmals dann verfilmt auch mit leonardo dicaprio also einer der berühmtesten filme insgesamt ja nun stellen wir uns aber mal vor wir wissen ja wie die geschichte ausgeht dass wir eine andere geschichte haben das heißt nicht die geschichte wie wir sie kennen sondern dass ein paralleluniversum ein universum wo zum beispiel der kapitän die chance gehabt hätte mit satelliten auswertung das ganze zu begleiten also das heißt die möglichkeit eisberge über satelliten zu erkennen dann haben wir vielleicht noch eine veränderung in der geschichte das heißt die passagiere haben die wahl ihren kapitän auszuwählen also über wahlen zu bestimmen ja also was ganz neues gab es damals die der minischen zeit ja nicht der kaiser hat bestimmt und fertig war also das heißt wir haben die wahl unsere sachen hier auszuwählen ja gibt es natürlich verschiedene leute zur wahl der eine setzt auf luxus günstige tickets und trotzdem vom funktionellöse überfahrt der andere auf sicherheit ja und dann kommt es wie es kommen muss derjenige der hat nicht auf sicherheit setzt wird kapitän und fährt seine route und natürlich trotz satelliten auswertung trotz der chance die eisberge zu sehen trotz der möglichkeiten das unglück zu vermeiden geht es genauso aus und dann würden wir uns eigentlich heute überlegen wie blöd kann man eigentlich sein wenn man die chance hat als passagier sich ein kapitän zu wählen wenn man die chance hat mit technik mit satelliten mit wissenschaft irgendwie zu verhindern auf ein eisberg zu fahren trotzdem ins unglück zu fahren das ist eine frage die man so mitnehmen kann und sie wissen worauf ich hinaus will wir nehmen das gleiche bild noch mal auch hier ein raumschiff 2020 allerdings nicht 2012 auch das ist irgendwo sogar noch schlimmer bei der titanic hat man ja die möglichkeit sos zu rufen nicht bei der erde also wenn wir sos ins weltraum funkt es wird keiner kommen uns helfen das ist also wirklich ein einzelner drabant ein schiff im weltall und wir haben also praktisch auch die gleichen möglichkeiten wir haben heute die satellitenaufklärung das heißt wir können eisberge rechtzeitig erkennen oder andere hindernisse in welcher art und weise wir leisten uns eine wissenschaft die das macht wir haben auch die möglichkeit den kapitän zu bestimmen das heißt also auch das gibt die demokratie vor anders als in der wilhelminischen zeit und was sagen uns die satellitenaufnahmen was sagen uns hier die warnung vom eisberg naja dass es entsprechend hier andere risiken gibt wir werden mit der erde nicht gegen ein eisberg brallen aber werden natürlich andere effekte haben und einer der effekte ist die globale erwärmung wie wir hier sehr schön auch in dieser auswertung sehen dass die erde sich in einem express tempo mittlerweile erwärmt und immer kritischere zustände an wir können jetzt mal ein blick in die kristallkugel wagen auch dazu leisten wir uns relativ gute wissenschaft das heißt wir können jetzt die erde modellieren in 3d klima modellen mit großrechnern das ganze dann ausrechnen also die größten leistungsrechnen leistungsfähigen rechner der erde können dann klimamodelle über die nächsten 100 jahre entsprechend durchlaufen lassen und dann auch ergebnisse produzieren es gibt immer ganz viele leute auf der erde die zweifeln das an also sagen weiß ich nicht glaube ich nicht habe ich zu hause nachgerechnet stimmt nicht also insofern dass es immer ja kann natürlich sein aber es ist dass da auch ein einstein dabei ist auf andere ergebnisse kommt aber sag ich mal das gesamte wissen der wissenschaft insgesamt der klimaforschung der letzten jahrzehnte ist in diesem modell entsprechend drin und also alle seriösen forscher auf der erde zweifeln so etwas eigentlich nicht an das heißt also es funktioniert man kann ja auch gar nicht irgendwie das wissenschaftlich perfekt nachweisen warum nicht wir müssen auf modelle vertrauen sagen immer ein computermodell wer weiß was da dahinter steckt kann man das nicht anders beweisen der wissenschaftlich exakte beweis wäre wir nehmen eine erde a wir nehmen eine erde b so auf der einer erde machen wir eine klima erwärmung auf der anderen nicht und dann vergleichen wir die temperaturen es ist allerdings nicht in unserer macht diesen versuch durchzuführen und deswegen gibt es nur die möglichkeit irgendwie zu modellieren wie wäre das klima wenn die verärmung nicht da wäre und dann muss man halt auch einfach diesen modellen vertrauen solange wir keine zweite erde bauen können und es ist allerdings genauso fahrlässig als eisberg warnungen zu missachten um so etwas hier nicht zu sehen und wir sehen auch wenn wir die vergangenheit ansehen dass bislang die modelle leider einmal sehr sehr perfekt waren und wenn wir die vergangenheit ansehen können wir auch sehen dass das klima auf der erde sich verändert hat das ist erst mal nichts außergewöhnliches wir sehen hier die letzten 20.000 jahre der klimageschichte 20.000 vor christus befanden uns hier im weltweiten mittel ungefähr dreieinhalb grad weniger als heute dreieinhalb grad weniger als heute bedeutet dass berlin damals mit 200 meter eis bedeckt war das mal so einfach mal so einordnen kann was eine temperaturveränderung von etwa drei bis vier grad celsius auf der erde bedeutet die meeresspiegel sind in der folge auch um 120 meter angestiegen also das heißt temperaturveränderungen in der größenordnung 3 4 5 grad sorgen hier auf der erde für massive veränderungen so und dann sehen wir was hier in den letzten jahren passiert ist wir haben hier diesen anstieg und dieser anstieg ist extrem schnell bis 2019 und das ist einfach ein turbo mäßiger anstieg wenn wir uns noch mal hier den letzten verlauf seit der eiszeit anschauen das heißt also der übergang von der eiszeit bis zur warmzeit hat 10.000 jahre gedauert und ein grad celsius ja da haben wir auch mal locker drei vier 5000 jahre gebraucht hier brauchen wir für dieses eine grad was wir jetzt nach oben geschnellt ist etwa nicht mal 100 jahre und das heißt wir haben eine express erwärmung und wenn wir diese erwärmung anschauen in relation zur eiszeit ist sie auch schon bedenklich wir haben noch nicht diese signifikanten werte erreicht aber wenn wir jetzt die klimamodelle füttern dann können wir sehen dass wir ende des jahrhunderts diese erwärmung erwarten das heißt jetzt muss man überlegen hier 20.000 vor christus säbelzahntiger mammut berlin mit 200 meter eis bedeckt also eine ganz andere situation wir verändern das klima wir haben seit etwa 10.000 jahre stabile bedingungen nun machen wir express mäßig diese veränderungen innerhalb von 100 jahren im gleichen temperatur hub obendrauf da kann man sich überlegen dass das natürlich radikale veränderungen für die erde nach sich zieht die erde hat sogar schon gesehen nur wie haben die menschen damals reagiert es gab ja auch schon vor 20.000 jahren menschen die sind halt weitergezogen also 120 meter meerespiegelanstieg natürlich sind dann haufen küstenstädte oder siedlungen an der küste im meer versunken die leute sind weitergezogen haben sich ein neues gebiet gezogen das ging auch recht einfach weil wir damals noch relativ wenige menschen hatten heute ist der planet dicht besiedelt und deswegen wird diese anpassung an diese radikale klimaveränderung ungleich schwerer werden das heißt das erste was wir früher oder später erwarten ist natürlich ein anstieg der meeresspiegel im worst case fall sind zwei meter bis ende des jahrhunderts drin das abtauen dauert immer ein bisschen aber dann kann man wieder beruhigt sein also das maximale was wir unser job obendrauf noch machen können sind um die 60 meter das wird dann aber ein paar jahrhunderte dauern also das heißt das werden wir nicht gleich mitkriegen aber unsere nachfolgende generation werden sich an unser handeln dann doch sehr stark immer erinnern das hier ist eine aufnahme in new york wo eine flutwelle reingeschwappt ist aufgrund eines hurrikans etwa drei meter plus so sehen dann die städte schon aus also wir brauchen keine 60 meter um hier radikale veränderungen küstenbereich zu haben problem ist auch dass es dann regnet allerdings woanders die niederschlagsverteilung verändert sich wir sehen das jetzt schon sehr signifikant in vielen gebieten der erde das heißt wir werden früher oder später probleme der drinkwasserversorgung kriegen und natürlich wenn der niederschlag ausbleibt auch mit der nahrungsmittelversorgung wir haben 2018 den dürresommer hier in deutschland gehabt 30 prozent ernte rückgang und damals habe ich gesagt naja okay das ist irgendwie schwankungen die gibt schon immer bis mein nachbar mich darauf gebracht hat mal darüber nachzudenken hat gesagt du volker genau ich bin ja hier eigentlich in wessi und zugezogen nach wo in ostberlin also eigentlich so normalerweise macht man die route ja andersrum aber genau ich bin jetzt ein wahl-ossi und habe total nette nachbarn und einer hat gesagt du volker du machst du viel mit dem klimawandel und zu ddr zeiten hätten wir mit dem klimawandel ein problem gehabt was wie wo naja ich habe gehört 30 prozent ernte rückgang das hätten wir im real existierenden sozialismus nicht ausgleichen können da war ich erst noch erst mal baff weil das auch so eine sache ist wo man als wissenschaftler gar nicht drüber nachdenken soll so gott gegeben naja da fehlt was das gleichen wir entsprechend aus im mittelalter hätten wir 2019 radikale hungersnot gehabt weil 2018 wir diesen ernteausfall gehabt haben das heißt das wäre in allen geschichtsbüchern zu lesen gewesen ein katastrophales ereignis durch die globalisierung momentan aufgefangen aber die frage ist was passiert wenn es weltweit mal irgendwann nicht mehr reicht wenn die dürren auf zwei drei gebieten eintreffen und wir das weltweit nicht mehr ausgleichen können man stelle sich einfach mal vor amerika hat 30 prozent zu wenig getreide und auf dem weltmarkt gibt es nicht genug einzukaufen um das aufzufüllen dann hofft man dass nicht donald rand präsident ist also das muss man ganz klar sagen also das sind situationen was uns auch an der wissenschaft bedanken macht dass also die erwärmung auch vor allem die lebensräume komplett durcheinander würfelt hier und einige sachen situationen zerschießen wird diese grafik hat mich auch ziemlich geschockt das ist eine analyse von 2017 und hier haben kollegen und kolleginnen einmal ausgerechnet was passiert hier mit der erde im worst case fall das heißt also wie verändern sich die temperaturen dass sie für den menschen nicht mehr erträglich sind nicht mehr erträglich heißt dass sie potenziell tödlichen charakter annehmen können der mensch ist relativ gut im ausgleich von temperaturen also wenn wir draußen minus 30 grad haben eine gescheite jacke anziehen gar kein problem also das heißt das funktioniert ganz gut 30 grad nach oben ist auch kein problem 60 grad geht auch also das heißt wir können locker mal ein paar minuten in die sauna sollte nicht zu lange sein man kann auch zwei drei vier stunden durch die wüste rennen das ist auch kein problem großen sonnenhut das war kein sonnenstich und vor allem genug wasser zum nachschütten weil was macht der mensch er schwitzt wenn er schwitzt dann bildet sich hier verdunstungskälte und dann kann der körper seine körpertemperatur wieder runter kühlen trotz 60 grad außentemperatur problematisch wird es wenn der mensch durch schwitzen nicht mehr ausgleichen kann das heißt also wenn es 37 grad oder 40 grad außentemperatur 100 prozent luftfeuchtigkeit ist das ist eine sehr unangenehme kombination der mensch will natürlich auch versuchen das auszugleichen er schwitzt jeder der in den tropen war kennt das szenario schon mal die haut ist irgendwie klitschnass man verdunstet kein wasser mehr und kann dann auch nicht mehr kühlen und dann heizt sich der körper auf 41 42 43 und dann ist schluss und dann reden wir über potenziell tödliche hitze tage also tage wo man tagsüber dann als mensch besser im keller bleibt und hier sind die anzahl der tage wenn wir eine globale erwärmung von vier bis fünf grad hin bekommen also wie sich die erde verändert also dunkelrot bedeutet 365 tage im jahr es ist tagsüber von der kombination luftfeuchtigkeit und temperatur so warm dass man dort nicht längere zeit im freien bleiben sollte muss man sich mal vorstellen was das bedeutet wenn man sich hier guckt indien hier ganze indonesien raum fällt weg zentralafrika brasilien wir reden über lebensräume von weit über zwei milliarden menschen und das heißt diese werden ja nicht auf dauer da bleiben also was ist das für ein leben wenn sie dann tagsüber irgendwie im keller verbringen müssen das heißt natürlich wird man versuchen überall dorthin zu gehen wo es noch weiß ist der planet wird nicht abfackeln aber wir werden das problem haben dass natürlich hier eine radikale verschiebung stattfindet und das ist das wo wir uns am meisten sorgen machen einfach diese veränderung dass die leute sich an das klima anpassen müssen klima anpassen heißt dass wir die größte bevölkerungswanderung in der geschichte auslösen müssen eine million flüchtlinge die wir in deutschland gehabt haben werden da pille palle sein und wenn wir sehen wie schlecht unsere gesellschaften mit dieser vergleichsweise geringen zahlen an flüchtigen zurecht kommen dann ist das eine situation wo man wirklich ernsthaft gedanken machen muss dass das nicht friedlich an diesem planeten vorbeigehen wird und deswegen warnen wir dringend davor in diesen zustand reinzugehen wir sind so eine der ersten generation die das problem erkannt hat und die letzte generation dieses problem noch lösen kann und deswegen müssen wir hier wirklich einiges tun und einiges tun heißt aus sicht der wissenschaft noch ist es ja nicht gott gegeben dass wir auch vier bis fünf grad plus kommen sondern wir können noch auf 1,5 grad celsius in etwa die temperatur begrenzen das ist auch das was empfohlen wird 1,5 grad celsius ist nicht wenig das ist im vergleich zur letzten eiszeit schon eine signifikante veränderung aber wir sagen dann werden diese veränderungsprozesse hier auf der erde die dann auch schon stattfinden so langsam ablaufen dass der mensch wahrscheinlich noch in der lage ist darauf zu reagieren es zu beherrschen in den griff zu bekommen und deswegen müssen wir tun nichts darauf hinarbeiten möglichst auf 1,5 grad celsius die globale erwärmung zu begrenzen nun kann man auch wieder anhand der klimamodelle ausrechnen was das bedeutet für den ausstoß an treibhausgasen was wir noch ausstoßen dürfen und da ist es relativ ernüchternd das heißt wir können die restmenge an kohlendioxid noch ausrechnen wenn wir sicher unter 1,5 grad celsius bleiben wollen was übrigens auch ein regierungsziel ist im völkerrecht abkommen von paris also das pariser klimaschutz abkommen sieht diese grenze ja auch vor das heißt eigentlich müssten alle regierungen auch irgendwas machen um das einzuhalten das bedeutet aber dann dass wir 2040 global klimaneutral werden müssen das heißt bis zum jahr 2040 das sagten auch die letzten berichte des weltklimarats müssen wir klimaneutral werden wenn wir mit einer hohen wahrscheinlichkeit diese grenze nicht reißen wollen was bedeutet das dann wir sehen die bisherige entwicklung der co2 emissionen die gehen in deutschland deutlich runter die letzten zwei jahre auch ein deutlicher drop der wird gerade von der regierung gefeiert wobei für den drop im letzten jahr vor allen dingen der viele wind zuständig ist also insofern gehen die erfolge nicht unbedingt auf die kappe dann der bundesregierung aber ja das heißt also wenn es mal ein windarmes jahr ist können die co2 emissionen auch wieder nach oben gehen ein weiterer effekt war dass wir aufgrund finanzieller verschiebungen weniger kohle strom erzeugt haben und mehr gas verwendet haben so diese effekte sind allerdings sondereffekte die effekte am anfang hier waren vor allem wieder vereinigungseffekte muss man also auch ganz klar sagen ja das wird man in dem maße nicht weiter fortsetzen können und wenn wir hier die aktuelle energiepolitik uns anschauen dann sehen wir eigentlich dass dieser trend sich nicht fortsetzen wird weil wir viel zu langsam solaren windenergie ausbauen und deswegen auch nur sehr langsam nach unten gehen wir können uns das ganze anschauen die ziele der bundesregierung sind dann doch etwas beschaulicher das heißt also wir haben die ziele der bundesregierung 40 prozent einsparung bis 2020 die werden wir nicht erreichen die 55 prozent bis 2030 da fehlt mir komplett die fantasie mit der jetzigen energiepolitik da wir annähernd hinkommen und wir wissen dass die 55 prozent bis 2020 eigentlich viel zu klein sind um das pariser klimaschutzabkommen einzuhalten das ist so ein bisschen das fatale ich habe mal einen abteilungsleiter vor einigen vor zwei drei jahren direkt nach dem pariser klimaschutzabkommen als es geschlossen wurde gefragt vom umwelt bundesministerium ist euch da nichts aufgefallen so klimaneutralität hier sollten wir hin für 1,5 grad das sind eure ziele da ist so eine kleine diskrepanz ja das ist uns bekannt diese 1,5 grad celsius die sind ja nur im pariser klimaschutzabkommen weil ab 1,5 grad celsius saufen die ganzen inselstaaten ab malediven und co die hätten ja sonst ein klimaschutzabkommen gar nicht abgeschlossen was soll was soll eine begrenzung bis zwei grad da sind die weg für die deutschen küsten ist das nicht ganz so schlimm und deswegen ist die deutsche regierung weiterhin mit zwei grad zufrieden okay das fand ich irgendwie zumindest mal eine ehrliche antwort die wird man natürlich nirgendwo schriftlich finden nicht aber das heißt man verspricht international alles dafür zu tun 1,5 grad zu machen man beschließt ziele mit dem wir das nicht hinkommen was mit dem wir das nicht erreichen werden und wir haben ein trend der entwicklung der gar nicht mal ansatzweise dahin kommt das heißt wir brauchen jetzt hier eine radikale veränderung um wirklich unsere ziele zu erreichen in dem zu gerecht werden und dazu brauchen wir eine echte energiewende und nicht das was derzeit stattgefunden hat und ich werde das gleich nochmal an einigen zahlenbeispielen verdeutlichen was wir hier sehen ist die stromerzeugung in deutschland das heißt wir sehen also der gesamtstrom bedarf der schwankt ein bisschen ist erst mal leicht angestiegen momentan sogar wieder leicht rückläufig aber von der größenordnung tut sich da nicht so sonderlich viel wir haben von unten nach oben die biomasse wir haben die wasserkraft wir haben die windenergie an land wind in der hohen nordsee also offshore und die photovoltaik und wir sehen dass wir da sehr erfolgreich bislang waren also hier derzeit im jahr 2019 sogar 43 prozent der stromerzeugung hier durch erneuerbare energien gedeckt haben das heißt man könnte den eindruck haben so wird das auch gerne vermittelt dass wir mit der energiewende in deutschland doch auf einem sehr guten weg sind wenn man diese grafik so sieht dann sagt man ja 2040 wir strengen uns noch ein bisschen an dann kommen wir dahin so wir werden gleich mal überlegen was das bedeutet wir stauchen das jetzt mal zusammen das ist also hier die gleiche grafik nur ein bisschen gepresst also das ist die stromerzeugung weil wir dürfen uns nicht nur den strom anschauen sondern wir müssen uns auch die anderen sektoren anschauen wir haben nämlich in deutschland nicht nur eine stromerzeugung sondern das natürlich auch wärme und verkehr so und wenn wir die wärme und den verkehr dazu packen dann sehen wir ist der energieverbrauch doch deutlich größer nun haben wir auch bei wärme und verkehr ein teil erneuerbare energien die sind jetzt bei dem strom noch nicht dabei also wir können das dazu packen also im wesentlichen ist es die solarthermie die geothermie und die biomasse die wir also auch zum beispiel brennholz bei der wärme verwenden also die spielen auch eine rolle das heißt hier ist auch noch ein bisschen bunten und sortieren wir das um dass also alle bunten unten sind und dann sehen wir also das ist jetzt praktisch der anteil erneuerbare energien am gesamten energieaufkommen also strom wärme und verkehr zusammen und wir sehen wir sind dann unter 20 prozent und nun ist die herausforderung von diesen knapp 20 prozent auf 100 zu kommen in den nächsten 20 jahren das ist die herausforderung und dazu bräuchten wir wirklich radikale veränderungen so ein bisschen pille palle energiepolitik wird uns da nicht helfen und dann schauen wir uns das ganze mal an es wird ja mal gesagt die kernenergie soll das lösen jetzt kommt wieder raus weiß nicht ob wir das schon mal gehört haben also immer leute die man so fragt also hans werner sinn also der ökonom hat auch neulich im dezember wieder ein vortrag gehalten oder gefragt weil die wollte jetzt die klimakrise die kernenergie liebe kolleginnen kollegen die von der kernenergie anfangen die kernenergie deckt derzeit drei prozent des deutschen endenergie aufkommens wenn wir in den nächsten 20 jahren mit kernenergie klimaneutral werden wollen müssten wir über 50 reaktoren neu bauen in allen bundesländern verteilen und dann fragen sie mal herrn söder wo die fünf kernkraftwerke oder zehn die er in bayern braucht denn stehen sollen und wie wir die ganzen finanzieren weil jede dieser anlagen wird zwischen 20 und 40 milliarden euro kosten das heißt die frage der kernenergie stellt sich überhaupt gar nicht weil die kernenergie derzeit einen so kleinen beitrag leistet dass sie vollkommen irrelevant ist und auch überhaupt gar keine chance bietet in den nächsten 20 jahren klimaneutral zu sein das ist ein scheingefecht das geführt wird um einfach möglichst nichts zu verändern und zu sagen ja wir haben ja die königsdisziplin die kernenergie das heißt diese löse scheidet aus in vielen anderen ländern ist der anteil auch auch in weltenergie anteil ist die kernenergie entsprechend ähnlich groß das heißt also die kernenergie hat keine wirkliche relevanz und dann muss man dazu sagen selbst wenn wir es wollten ging es gar nicht weil wir gar nicht genug uran haben also das heißt also wenn wir das massiv ausbauen sind die uranvorräte früher oder später zu ende das heißt wir brauchen etwas anderes die kernenergie kann es nicht sein und deswegen brauchen wir eine kombination das heißt die kombination wird erst mal sein dass wir hier den energieverbrauch senken müssen und zwar relativ radikal das ist natürlich hier angesichts der entwicklung doch eine sehr große disruption da werden wir überlegen wie wir da hinkommen und dazu schauen wir uns zwei bereiche an einmal die wärme und einmal den verkehr in der wärme kann man relativ viel einsparen wir können die gebäude genauso warm kriegen wenn wir sie gescheit einpacken also das heißt eine halbierung des wärmebedarfs geht allerdings nicht mit der geschwindigkeit wie wir gebäude dämmen also da müsste man natürlich einiges verbessern natürlich nicht mehr die öl- und gasheizung verwenden möglichst sofort ein gebäude eine neue öl- oder gasheizung lebt 20 jahre wir wissen dass wir ab dem jahr 2040 kein öl und kein gas mehr verbrennen dürfen also dürfen wir eigentlich auch keine neuen öl- und gasheizung mehr einbauen und zwar eigentlich ab diesem jahr länder wie dänemark haben das schon lange beschlossen die bundesregierung eiert da so ein bisschen rum also gasverbot gar nicht in diskussionen und öl vielleicht ein paar jahren das kommt alles viel zu spät natürlich brauchen eine alternative die alternative wird im wesentlichen die elektrische wärmepumpe sein weil man dort sehr effizient aus strom wärme gewinnen kann und damit geht der endenergiebedarf um den faktor zwei mindestens zurück wenn die wärmepumpen gut eingebaut werden eher drei damit haben wir im wärmebereich schon einen sehr sehr signifikanten hebel um was einzusparen gehen wir weiter in den verkehrsbereich auch hier brauchen wir eine echte verkehrswende eine echte verkehrswende würde erstmal bedeuten dass wir uns auch über eine komplett andere mobilität gedanken machen also einfach nur die autos auszutauschen reicht nicht wir müssen schauen dass wir die anzahl der autos reduzieren man kann einfaches beispiel wir haben in deutschland auf zwei einwohner kommt etwa ein auto sogar ein bisschen mehr als ein auto wenn wir versuchen diese autodichte auf den rest der welt zu übertragen bedeutet das dass wir weltweit statt 1,3 milliarden vier milliarden autos bräuchten und dann ist vollkommen egal welchen antrieb wir haben wir werden das nicht umsetzen können das heißt wir müssen schauen dass wir die anzahl der autos auch hier in deutschland mindestens halbieren ansonsten werden wir das nicht hinkriegen also viel mehr öffentlicher nahverkehr radverkehr alle diese konzepte brauchen wir zuerst dann werden wir natürlich nicht am auto vorbeikommen aber nicht so das heißt also der diesel und benzinmotor muss von der straße möglichst schnell 2040 klimaneutral ein auto lebt 15 jahre bedeutet 2025 der letzte benziner oder diesel vom band das ist also auch ganz klarer dreisatz alles was später noch produziert wird müssen wir irgendwie mit abfragprämien von der straße holen weil wir gar keine idee haben wie wir die umrüsten können natürlich müssen wir schauen elektromobilität für alle sag mal wie geht das alles elektrisch ganz einfach man kauft sich für 2 euro 80 oder 2 euro 90 glaube ich kostet das jetzt ein bvg ticket ich kaufe immer dieses vierer ticket das ist gleich geblieben vom preis also für 9 euro kann man vier mal einmal quer durch berlin hin und zurückfahren also so billig kann man mit keinem auto von a nach b kommen das heißt elektromobilität ist heute schon die preiswerteste art der transport und fortbewegung die es überhaupt gibt so natürlich kann man es auch individual machen das wird dann ein bisschen teurer je nach fahrzeug typ aber auch da sieht man ganz gut aus und die frage wird immer gesagt was ist der antrieb der zukunft auch das können wir uns anschauen momentan fahren beim benzin wenn man jetzt fünf gut fünf liter sprit verbraucht kommt man mit einer kilowattstunde etwa 1,8 kilometer weit um das mal einfach so umzurechnen und immer gesagt es ist noch offen ob wir nun wasserstoff oder batterien verwenden für den transport und kann man ausrechnen wenn wir wasserstoff erzeugen dann haben wir folgendes problem wir müssen den wasserstoff erstmal aus solaren windenergie herstellen dabei haben wir verluste und dann müssen wir dem auto aus dem wasserstoff wieder strom machen aber noch mal verluste das heißt wir haben zwar den effizienten elektromotor allerdings haben wir die ganze verluste der wasserstoff kette und deswegen komme ich dann mit dem wasserstoff pro kilowattstunde gar nicht viel weiter und deswegen habe ich nicht diese effizienzgewinne das heißt das einsparen was ich gesagt habe was wir dringend brauchen wenn wir einsparen wollen müssen wir zum direkt batterie antrieb beim direkt batterie antrieb kann ich den strom relativ effizient in die batterie rein packen und komme etwa zwei bis drei mal so weit mit der gleichen energie menge wie mit einem wasserstoff auto und deswegen ist es enorm wichtig dass wir also hier die zwei sachen machen wie kommen wir hier radikal runter ganz klar radikal runter zu kommen im wärmebereich auf die wärmepumpe zu setzen weil die einfach uns den hebel zwei also eine wärmepumpe spart im vergleich zur gasheizung mindestens mal 50 prozent energie ein und dann haben wir das elektroauto was im vergleich zu einem verbrenner oder einem wasserstoff auto auch noch mal 50 prozent einspart und deswegen sind das die beiden bereiche wo wir hier dann auch wirklich über den systemwechsel schnell nach unten kommen können so und dann müssen wir mit dem rest natürlich schnell nach oben dann können wir uns die verschiedenen energieträger mal anschauen und durchdeklinieren also wir haben jetzt hier einzelne energieträger ja die solarthermie kann man ausbauen die geothermie biomasse und wasserkraft geht nicht so wirklich und die treiber werden im wesentlichen die windenergie und die photovoltaik sein das heißt biomasse da fehlt uns das holz bei dem wasserkraft fehlen uns die berge in deutschland also um hier noch viel ausbauen zu können solarthermie kann man natürlich was machen also da sollte man auch tun aber das wird auch nur ein bisschen teil machen und dann haben wir hier ganz klar die windenergie die photovoltaik als einzige heimische energieträger um die lücke schließen zu können und das muss also der plan sein also hier von oben runter und hier hoch und dann vor allen dingen wir sehen eine ganz andere ausbaugeschwindigkeit nun schauen wir mal wir haben mal überschlagen was wir ungefähr brauchen wir bräuchten ungefähr 7 gigawatt wind an land 3 gigawatt offshore 18 gigawatt photovoltaik pro jahr ich schreibe mal daneben was wir letztes jahr gebaut haben da sehen wir eine leichte deckungslücke mich erschließt es sich nicht wie wir mit diesen roten zahlen auch nur ansatzweise in deutschland eine chance haben sollten irgendwelche klimaschutzziele zu erreichen und das war nicht gegenstand des klimapaketes hier eine substanzielle korrektur der ausbaugeschwindigkeit von solar und windenergie zu erreichen das heißt die bundesregierung hat nach wie vor keinen plan wie wir auch nur ansatzweise hier in die nächsten jahrzehnten klimaneutral werden können also mit dem klimaschutzpaket funktioniert es einfach nicht es ist über einen einfachen dreisatz nicht zu berechnen wie das ganze funktioniert wir brauchen mehr wind natürlich muss das auch bedeuten dass wir einiges zu bauen wir haben jetzt hier also derzeit etwa 67 wir haben derzeit etwa 29.000 windräder in betrieb und wir müssen die anzahl gut verdoppeln die windräder werden etwas größer und leistungsfähiger so dass wir dann fast die vierfache leistung erzielen können aber das müssen wir durchsetzen ohne die anzahl dieser windräder werden wir in deutschland nicht ausreichend strom erzeugen können um klimaneutral zu werden dann müssen wir importieren dann heißt es aber für jeden windrad zwei leitungsmasten also das heißt also es kommt nicht ohne irgendwas vorbei das heißt also irgendein tod werden wir sterben müssen wir können es auch nicht durch offshore ausbauen das potenzial bei offshore liegt ungefähr bei 70 gigawatt 1300 windräder haben wir müssen dort 8000 hinstellen dann ist die nordsee zu wir können das was wir an land nicht bauen nicht kompensieren dadurch dass wir in der nordsee mehr bauen weil es dort keine kapazitäten gibt das heißt die bittere wahrheit heißt schon dass wir an land was bauen müssen bei der windenergie sieht es derzeit so aus hier haben wir 1990 bis 2017 das sind die zubauraten rot hier das ist die neue installation von windenergie gelb ist repowering da wurden alte ersetzt durch neue und blau ist offshore wind und da sieht man bis 2017 sind wir ganz gut in schreck und das sind die mengen die wir mal identifiziert haben so müsste man weiter zu bauen um die klimaschutzziele zu erreichen und das ist passiert das heißt also durch die versäumnisse der politik das war 2017 zu sehen ich habe einen vortrag 2017 gehalten wo ich genau diese entwicklung vorausgesagt habe das konnte man auch über ganz ganz einfache projektionen in die zukunft und der anhand der gesetze ableiten dass es so kommen wird das heißt hier hat man mutwillig die windenergie in die sackgasse fahren lassen und hat jetzt hier gar keinen motor mehr um die energiewende schnell voranzutreiben natürlich muss man schauen dass es weitergeht was wir jetzt die regierung die bundesregierung plant jetzt irgendwelche abstände von 1000 metern und danach sind die leute alle ganz zufrieden wenn es ein mindestabstand heute brauche ich auch sieben bis 800 meter abstand das heißt also wenn ich jetzt 200 meter weiter weg bleibe von den häusern sind alle leute ganz begeistert und akzeptieren die windenergie natürlich nicht das heißt hier geht es vor allen dingen der cdu afd wähler zurückzugeben indem man sich als anti windkraft partei positioniert wir müssen die leute abholen vor ort das heißt wir müssen schauen dass es bürgerbeteiligung gibt dass die leute vor ort von den windpark profitieren das geld dort bleibt und dann habe ich auch die chance die akzeptanz hinzubekommen dass neue windräder gebaut werden abstandsregeln verhindern nur dass wir gar nicht mehr die flächen nötig haben das heißt also die erweiterten abstandsregeln müssen weg weil ohne diese flächen die die bundesregierung jetzt derzeit aus x haben wir gar nicht mehr die nötigen flächen um deutschland klimaneutral gestalten zu können das ist also auch eine fatale entwicklung und diese ganze diskussion um die windenergie verstehe ich auch nicht so ganz also ist wenn ja irgendwie sollen der windräder auch in wald gebaut werden zum beispiel nordrhein-westfalen oder so ist das mittlerweile verboten windräder in wald zu bauen um den wald zu schützen ich weiß nicht ob jemand mal im letzten herbst oder jetzt im winter mal sich den wald angeschaut hat also gerade die klimatischen veränderungen sorgen dass es eine ganz radikale veränderung im wald gibt und wenn man mit förstern redet also die sind sich nicht einig ob wir in 50 jahren überhaupt noch einen wald in deutschland haben also das heißt der beste waldschutz den es eigentlich gäbe wäre natürlich hier vor allen dingen auch auf erneuerbare energien zu setzen und den klimawandel zu stoppen die alternative ist auch übrigens diese hier also jedes verhinderte windrad sorgt natürlich dafür dass also an anderer stelle irgendwo energie gefördert werden muss und der schaden ist natürlich ungleich größer gut das heißt also wir brauchen bis spätestens 2030 die ausstieg aus der kohle weil der auch einfach hier von den co2 emissionen katastrophe ist und den rest muss die photovoltaik liefern 400 gigawatt insgesamt 200 gigawatt auf gebäuden 200 auf freifläche also das ist ungefähr das was wir noch bräuchten im betrieb sind derzeit 49 das heißt auch hier noch mal fast eine verzehnfachung von der solartechnik die wir hier stehen haben chancen gibt es eigentlich genug das ist ein schönes bild von berlin das einzige was ich nicht gesehen habe ist eine solaranlage also insofern wir nutzen gerade mal ein prozent der dächer und da ist einfach viel potenzial wir müssen auf einem leitungsausbau waren natürlich nicht hier sind überall leitungen da können wir ein programm machen wir können also hier sofort irgendwie die photovoltaik verdoppeln indem wir die dächer voll machen innerhalb von einem jahr wenn wir das hinkriegen ohne irgendeine leitung neu zu bauen also das heißt da ist genug potenzial da wir müssen am ende dann doch noch etwas auf die freifläche stellen aber auch hier gibt es sehr umweltverträgliche möglichkeiten die finde ich sehr schön weil wir hier landwirtschaft und solarenergienutzung kombinieren können also das funktioniert und die flächen die wir dann brauchen sind ungefähr 1000 quadratkilometer die landwirtschaftlichen flächen sind insgesamt 182.000 quadratmeter also fläche sind genug da wobei auch hier die wutbürger wieder sagen oder sieht aber nicht gut aus das lassen wir lieber mal nicht aber das ist dann aber auch eher geschmackssache natürlich brauchen wir dann am ende auch speicher das wird immer gesagt naja solar und windenergie schwanken sehr stark momentan speichern wir vor allem mit solchen pump speicherkraftwerken solchen sehen wir brauchen etwa 1000 mal so viel speicher wie heute das ist gigantisch aber auch dafür haben wir die konzepte die will ich mal ganz kurz erläutern das heißt wir werden also hier mit solar und windenergie den strom erzeugen den erstmal möglichst direkt verbrauchen wenn wir überschüsse haben wenn wir das in kurzzeit speichern erstmal zwischen puffern in batterien oder auch in elektroautos die ja auch durchaus eine größere speicherkapazität haben das reicht dann für einige stunden für für eine woche oder für monat wird das zu teuer und dafür machen wir dann folgendes dann werden immer noch überschüsse anfallen aus diesen überschüssen machen wir über power to gas dann gas das heißt wir machen wie man es aus dem physik oder chemie kennt elektrolyse damit dann wasserstoff und methan erzeugt das kommt in die bestehenden erdgas speicher und wenn wir dann bedarf haben holen wir das gas wieder raus machen wieder strom draus und können dann die lücke schließen und der charme an diesem konzept ist dass diese gas speicher schon da sind wir haben ja jetzt schon eine sehr große gas versorgung europa hat so gut wie kein eigenes gas mehr das heißt also auch in den niederlanden wo man bislang gas gefördert hat stellt man das momentan ein weil es dort sehr große umweltprobleme gibt und das heißt wir sind komplett abhängig von russland mit der gas dem gas importen das ist irgendwie nicht so richtig doll und weil man daraus ein bisschen angst hat leistet man große speicher dass wenn herr putin mal den hahn abdreht dass wir nicht sofort frieren müssen also insofern hat man hier auf alle fälle speicher und wenn wir das gas dann nicht mehr von herr putin kaufen sondern es uns selber machen dann können wir diese speicher natürlich wieder verwenden und das ist hier zum beispiel der größte deutsche speicher insgesamt ich finde den so schön weil der so unspektakulär ist hier ist die technische anlage die dazu gehört und dann wird das gas unter tage gespeichert unter der erde können wir vier komma vier milliarden kubikmeter also vier mal ein mal ein kilometer an gas speichern und damit könnten wir wenn wir das rausholen zwei wochen am stück die komplette deutsche heutige stromversorgung sicherstellen das heißt also der gaspfad der ist machbar das heißt gezeigt es funktioniert das heißt wir wissen was wir zu tun haben wir haben unsere satelliten aufklärung die also hier uns zeigt was auf uns zukommt wir wissen auch wir haben die konzepte wir haben also die rettungsboote schon da wir haben die auch schon angemalt und sonst irgendwo wir lassen sie nur nicht zu wasser das ist ja irgendwie das problem was wir haben und deswegen brauchen wir eine ganz andere energie um klimaschutzpolitik viele sagen immer naja ist das denn machbar schaffen wir das dann überhaupt in 20 jahren ist das denn vielleicht denkbar und dann vielleicht einfach mal ein beispiel aus der geschichte john f kennedy hat sich 1962 vor die nation gestellt der rede nation hat er dann gesagt die amerikanische regierung hat heute beschlossen dass wir auf den mond fliegen werden heute sagt man okay ist ja nichts besonderes muss überlegen die nasa hatte damals irgendwie weniger rechenleistung als mein handy also das ist schon muss man auch treffen den mond ist gar nicht so einfach ja also das heißt und die leute sollen auch wieder lebendig zurückkommen also das war schon eine enorme herausforderung und hat gesagt das ist schwierig das wird geld kosten richtig viel geld aber wir machen das weil das eine herausforderung ist wir wollen das irgendwie schaffen und dazu werden wir ab nächster woche sogar die steuern erhöhen das ist doch irgendwie eine sache also warum macht man es nicht in anderen bereichen so das heißt es kostet es wir machen es wir zahlen was gezahlt werden muss um dieses ziel zu erreichen warum wenn wir wissen dass der klimawandel für die menschheit eventuell irgendwann existenzbedrohend ist warum kann sich eine regierung sich nicht hinstellen warum hat man so viel angst vor irgendwelchen leuten die damit nicht mitmachen warum kann man nicht diese vision transportieren einfach sich hinstellen und sagen ja wir haben heute beschlossen dass wir die klimaziele einreichen einhalten werden das ist nicht schwierig nicht leicht das ist schwierig wir werden natürlich von jedem veränderungen erwarten und natürlich kostet das am anfang auch erst mal viel geld und natürlich werden wir dafür auch vielleicht mal die steuern erhöhen müssen das wäre doch mal eine richtige vision und wenn wir das so machen glaube ich dass wir eine sehr sehr gute chance haben noch in 20 jahren das zu machen die geschichte zeigt es uns die amerikaner haben es geschafft in sieben jahren auf den mond zu kommen sie haben mehrere hundert milliarden dollar verbrannt und haben ein wettrennen gegen russland gewonnen bei dem jetzigen wettrennen geht es um den weiterbestand der zivilisation bei uns auf der erde und insofern ist es wichtig worauf warten wir noch wir haben einen planeten zu retten ich glaube es ist noch machbar den weg dahin habe ich skizziert danke für die aufmerksamkeit okay okay Untertitelung des ZDF, 2020